Heute die Powerboards von Keller, gab es letztes Jahr bei KICK, waren richtig gut, also echt gute Charge. Natürlich von Komet, da es Keller nicht mehr gibt, gab es für 1 Euro habe ich mir ein paar Packungen damals gekauft, gibt es ja leider dieses Jahr nicht mehr, nur noch WECO. Ja was gibt es groß zu sagen, hat Kügelchen drin, hat einen Standfuß und hat lautes Crackling. Ja dann zünden wir einfach mal ein paar. Viel Spaß. Ja sind auf jeden Fall laut, schmeißen wir mal dahinter einen. Ja also die sind echt noch richtig, richtig gut. Machen Bock. Und ja, ich hoffe euch hat das Video mal wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020